so ich glaube der dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein denn wir sind ja schon fast level 18 wo ist die pampe aha aha so ich will hier hoch oder kommt er schon ja was geht mit dem ab ich glaube du spinnst okay den kriegen wir recht schnell die pampe macht echten dicken damit und ich gehe trotzdem gleich drauf deswegen muss ich mal kurz mein leben rennen man denkt es ist ja unfair dass so viele kleine noch da wo sind die fette ihr denkt es ist unfair dass die kleinen da sind das ist gar nicht so denn das ist cool dass die da sind denn wenn ich am verrecken bin und kopf abgeschlagen und zwar das muss ich ja irgendwie noch mal zeigen oder irgendwie auch weiß ich nicht und zwar wenn man jetzt die ganze seine ganze energie verloren hat dann bricht man so zusammen aber wenn man da kann man aber noch weiter schießen so ähnlich wie es bei army of two war und wenn du in diesem zustand wo du schon so am boden liegst wenn du währenddessen noch einen killst dann kriegst du deine ganze gesundheit wieder und ja man verreckt halt nicht und ansonsten wenn man das nicht schaffen dann läuft da so eine zeit ab und dann wird man halt am letzten checkpoint respawn deswegen meine ich gerade ist es gut dass die ein klein da sind weil die kannst du dann ganz schnell abschießen hast wieder voll energie so das sind die schlüssel sieben sind komisch aus er irgendwie so ist ja auch vollkommen egal so jetzt gibt's hier gebabbel glaube ich ja das ist schön so jetzt können wir nämlich hier lang ach so ich habe ja noch ein skill point zu vergeben leute was machen wir denn ja ich habe erst dass der kritische schaden noch mal mehr damage macht ich glaube das ist erstmal am besten bin ich jetzt hier also also das ist irgendjemand hinter mir irgendeine ganze armee so jetzt ist die tür nämlich aufgegangen irgendwie hat das spiel so ein paar fehler momentan denn da ist ja auch egal okay leute ihr seht die pampe nicht hier zwei fässer hier mit säure da sind sie gerade verbrusselt ja doch leute um die pampe ist gut würde ich mal behaupten ja was war das denn jetzt hier häng ich ja noch an jeden pixel irgendwie fest sehr sehr melden was ist das denn noch eine pampe ne pampe reicht mir das so oder wer die quest schon abgehakt leute ich tue mal so als wäre alles so schwer und dann auf einmal ist es doch ganz gechillt naja also ist das immer bei mir was ein dreckswetter da kann man halt nur zu hause sitzen und let's playen was bleibt ein anderes übrig außerdem habe ich zwei tage nicht mehr let's playen oh mein gott naja so wir reden jetzt mal an die katsch wir rennen noch nicht zurück denn ich mache jetzt noch moe und marley allerdings wird die geile pampe mir nix bringen denn der eine typ von denen ist nämlich auch aus feuer und von daher macht das nicht so viel sind auch super da läuft doch hat jemand das war auch sehr unwahrscheinlich ich auch noch hier fest er was ist denn los ach weißt du was hat sogar funktioniert oder um okay dass ich habe möchte erwischt mit der pampe wie geil jetzt habe ich ein kleines problem oder auch doch nicht ja mit der pampe ist das gar nicht mal so eine dumme idee da die ja so gut verstreut und direkt wieder schuss das ist gut so jetzt aktiviere ich trotzdem erstmal den checkpoint so moe und marley die quest kann ich mir mal anzeigen lassen bin ich ja mal gespannt uah schreck mich doch nicht so okay das kann man halt echt mit der vor allem im wasser brennen sie irgendwie okay hey moe und marley müsste eigentlich einfach sein eigentlich müsste einfach sein aber man weiß ja nie bei diesem spiel jetzt haltet mich doch nicht alle auf ich will hier doch oder oben ist er zumindest einer von ihnen ja genau male ist der schock typi verdammt wo ist noch eine andere das moe ach dreck warum stehen die denn genau nebeneinander das finde ich jetzt nicht so doll welche waffe nehme ich denn da die pampe kann ich ja voll abhaken mit der snipers auch schwachsinn da hilft wohl nur die smg wo sind sie denn jetzt noch ein knallharder streitet durch die der hätte auch nicht so viel aus das war's aber wo ist Wo ist... Ah, okay. Wagen auch mal Small Off. Und ich hab vielleicht zweimal reingetroffen. Ganz toll. Na, egal. Mauer haben wir schon mal. Das ist ja schon mal... Sag mal wo... Wo häng ich denn hier fest? Uah! Der soll mal Small Off machen. Der Penner. Oh, dreckig, ich dreh durch. Oh, hier runter zu springen war keine gute Idee. Alter, ich hänge überall fest an irgendwelchen Viechern. So, nachladen wir auch mal nicht schlecht. Kommt der? Kommt der nicht? Kommt der? Kommt der? Oh, er kommt natürlich. Ähm... Sag mal hier, ich dreh ihn einfach den Rücken zu. Zu und tu so, als wäre er nie da gewesen. Irgendwie ist der auch ein bisschen... Ich weiß nicht. Bisschen merkwürdig der Junge. Ach, Alter, was geht denn hier, ey? Das macht mir hier nicht so ein Theater. So, das wär's jetzt auch mit dir. Schnauze jetzt. Komm! Komm! Boah! Schnauze jetzt! So! Oh, Leute! Da wollte ich cool sein und ihn einfach messern. Da sieht man mal wieder, ich bin nicht cool. Ich hab's nicht drauf. So wär die Quest auch abgehakt. Haha! So, jetzt gibt's hier noch ein bisschen. Ach komm, hier kann ich wieder meine Pampe nehmen. Ui, Waffenkiste. Stimmt. So, wir haben die Hälfte der Erfahrungspunkte schon wieder. Oh, ne Feuersniper. Ach Gott. Also mein Gott, Leute, da sind wir ja wirklich schon Besseres gewöhnt. So. Wie lang haben wir noch? Ah, sind schon wieder bei neun Minuten. Ich glaube, ähm, ich geh da nochmal in den Todeskreis. Oh, jetzt häng ich auch noch hier fest. Ey, was ist denn heute los? Ihr hängt alle so an mir. Oh, Mann. Oh, die Leute sind natürlich auch wieder neu. Aber die ignoriere ich jetzt mal. Obwohl, eigentlich doch nicht. Flatsch. Öh, hat der gerade zwei ange... Oder hat er den da oben nicht erwischt? So. Ich dachte schon, öh, er greift zwei an. Geil. An den lauf ich jetzt einfach auch mal vorbei. Och. Ach komm, einfach weg hier. Die sind zwar alle hinter mir, aber... Leute, nervt mich doch nicht, Mann! Geht doch. Geht doch. Ja, okay, dann geht's im nächsten Part versuche ich dann nochmal den Todeskreis des Todes zu machen und dann die Quest abgeben. Gucken wir mal, was im nächsten Part abgeht. Bis dann, Freunde! Geht doch.